Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal idu. Ich zeige euch heute, wie man sich einfach so einen coolen kleinen Thron bauen kann. Man kann ihn mit jeder Farbe bauen, die man hat, solange es Stufen gibt. Dazu werden schon was benötigt, nämlich ein roter Teppich am besten, eine Schwarz-Eichen-Falltür, dann die beiden Blöcke zum Bauen, dann ein roter Beton und dann ein rotes Banner. So, ganz einfach. Um es zu bauen, musst du einfach hier hochgehen. Eins, zwei, dann das hier hochbauen, nämlich genau eins, zwei, drei Blöcke. Eins, zwei, drei, dann musst du weg. Dasselbe wiederholst du auf der anderen Seite, nur dass es auch hier hochgeht, dann musst du hier einfach nur noch schon Beton hinmachen. Hier Beton, hier das Banner und hier ein Teppich. Ich habe es so gemacht, dass man hier einfach nochmal Falltüren hinmacht, hier nicht. Dann schaut es nämlich anders aus. Ich habe hier auch nochmal das hier angemacht, dass man Armlehnen kann. Das ist nämlich immer angenehm. Man soll es hier auf dem Thron angenehm haben. Das hinten besser anschaut, einfach auch nochmal welche hinmachen. Das schaut dann besser aus. Der Thron schaut dann in Verwendung ganz einfach so aus. Du kannst dich schön nach hinten anlehnen. Du kannst so viel auf diesen wunderhübschen Thron machen. Und der König schaut auch sehr, sehr, sehr aus. Dieses wunderhübsche Geschenk, was euch geschenkte Videos bringt. Ganz kostenlos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.